Yo, servus YouTuber, ein weiteres Video von California Dreaming. Dieser Cake hat 999,36 Gramm NEM verbaut, ist ein 25er Kaliber mit 72 Schuss und einer sagenhaften Brenndauer von 39 Sekunden. Dieses matte Design und hochwertige Print, ich finde es gut. Die Abmessungen sind auch mal wieder drauf. 360, 285, 200, 7 Kilo komplett mit Karton und netto 6 Kilo. Pyrus, wenn es euch gefällt, Daumen da lassen, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren. Wir gehen raus zur Zündung, Leuchtturmester sagt Cheerio, bleibt gesund und Adieu. Viel Spaß beim Zünden. California Dreaming, Funke, viel Spaß. Untertitelung im Auftrag des Lockdowns Das war's für heute. Das war's für heute.